Herzlich willkommen zur Einführung in den Laborversuch Kerbschlag-Wiegeversuch. Im ersten Teil erläutern wir die theoretischen Grundlagen. Im zweiten Teil des Videos werden wir uns die praktische Versuchsdurchführung genau ansehen. Teil 1 Einleitung und theoretische Grundlagen Zur Auswahl eines für eine bestimmte Anwendung geeigneten Werkstoffes wird neben den mechanischen Kennwerten aus dem Zugversuch häufig noch das Ergebnis des Kerbschlag-Wiegeversuches benötigt. Die aus dem Zugversuch gewonnene Bruchdehnung und Brucheinschnürung eines Werkstoffes lassen zwar eine Abschätzung über die Duktilität und die Zähigkeit eines Werkstoffes zu, diese gilt jedoch nur bei einer quasi statischen Belastung des Werkstoffes und nur bei Raumtemperatur. In vielen Fällen sind Bauteile jedoch auch einer stoßartigen Belastung unterworfen, die oft auch bei höherer oder tieferer Temperatur als bei Raumtemperatur stattfinden. Wie zum Beispiel bei einem Auto. Diese Bauteile müssen schlagartigen Belastungen sowohl im Sommer bei hohen Temperaturen als auch im Winter bei extrem kühlen Temperaturen standhalten. Um das Material auf das sogenannte Sprödbruchverhalten bei schlagartiger Beanspruchung zu untersuchen, wird der Kerbschlag-Wiegeversuch nach DIN EN ISO 148 genutzt. Der Kerbschlag-Wiegeversuch gibt also Auskunft darüber, wie C bzw. Spröde sich ein Werkstoff bei schlagartiger Beanspruchung verhält. Zur Versuchsdurchführung werden genormte Proben verwendet. Die Normalprobe muss 55 mm lang sein und einen quadratischen Querschnitt mit 10 mm Seitenlänge haben. Kann aus dem untersuchenden Material keine Normalprobe hergestellt werden, ist eine Untermaßprobe mit 7,5, 5 oder 2,5 mm Dicke zu verwenden. Dabei werden zwei Probenformen anhand der Kerbausführung unterschieden. Die ISO-V-Kerbe und die ISO-U-Kerbe. Die Kerbe bestimmt zum einen die Sollbruchstelle, zum anderen bedingt diese ein sprödes Bruchverhalten. Der V-Kerb muss einen Kerbwinkel von 45 Grad, eine Kerbtiefe von 2 mm und einen Kerbradius von 0,25 mm haben. Der U-Kerb muss eine Kerbtiefe von 5 mm und einen Kerbradius von 0,25 mm einhalten. Herzstück des Pendelschlagwerkes ist der Pendelhammer, der um einen bestimmten Winkel ausgelenkt wird und somit eine Anfangshöhe H und damit auch eine bestimmte potenzielle Energie besitzt. Bei der Versuchsdurchführung fällt der Pendelhammer, wobei die potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt wird und trifft auf die ungekerbte Rückseite Probe auf. Diese wird dabei zerschlagen. Gleichzeitig wird im Moment des Aufschlags auf die Probe ein Teil der kinetischen Energie des Hammers durch Verformungsprozesse in der Probe absorbiert. Der Betrag dieser Energie ist je nach Material und Temperatur unterschiedlich. Entsprechend der Energie, die während des Zerschlagens von der Probe absorbiert wird, schwingt der Pendelhammer auf der anderen Seite weniger hoch. Würde er ohne eingelegte Probe durchschwingen, würde er nahezu dieselbe Höhe wie am Startpunkt erreichen. Es gilt, potenzielle Energie ist gleich genetische Energie ist gleich Verformungsenergie plus verminderte potenzielle Energie. Nach DIN EN ISO 148 darf die potenzielle Energie Kp vom nominellen Arbeitsvermögen Kn um nicht mehr als ±1% abweichen. Die Formel zur Berechnung der potenziellen Energie lautet potenzielle Energie Kp ist gleich das Moment M multipliziert mit 1 minus Alpha. Die Kerbschlag-Zähigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Werkstoffes gegen eine schlagartige dynamische Beanspruchung. Sie ist definiert als Kerbschlag-Arbeit geteilt durch Nennquerschnitt im Kerbgrund. Allerdings hat die Kerbschlag-Zähigkeit, anders als die Kerbschlag-Arbeit, keine technische Bedeutung und wird daher kaum verwendet. Die Kerbschlag-Arbeit wiederum ist definiert als Kerbschlag-Arbeit K gleich Masse M des Pendelhammers multipliziert mit der Fallbeschleunigung G und der Differenz der Fallhöhe und Steighöhe nach Aufschlag. Zwei wesentliche Einflussgrößen bestimmen die Kerbschlag-Zähigkeit. Zum einen die Temperatur und zum anderen die Kerbschärfe. Für die Kerbschärfe gilt, je kleiner der Radius der Kerbe ist, desto größer ist die Sprühtbruchneigung des Werkstoffs und desto kleiner ist die Kerbschlag-Zähigkeit. Der Einfluss der Temperatur ist vor allem für kubisch raumzentrierte und hexagonale Werkstoffe bedeutsam. Während sich zum Beispiel Keramiken von tiefen Temperaturen bis fast zu ihrem Schmelzpunkt immer sprüht verhalten, bleiben kubisch flächenzentrierte Werkstoffe über den gesamten Temperaturbereich struktil. Kubisch raumzentrierte Werkstoffe, also vor allem Baustähle, Chrom- und Molybdenen, sowie hexagonale Werkstoffe hingegen, zeigen aufgrund ihrer Gitterstruktur und der Einlagerung von Begleitelementen, die bei tiefen Temperaturen eine Verformungsbehinderung bewirken, eine deutliche Temperaturabhängigkeit. Oberhalb einer bestimmten werkstoffspezifischen Temperatur, der sogenannten Übergangstemperatur, verhalten sie sich struktil. Dies wird Hochlage genannt. Darunter zeigen auch diese, eigentlich struktilen Werkstoffe, ein sprödes Bruchverhalten, das als Tieflage bezeichnet wird. Daher ist der Temperaturbereich vor allem beim Einsatz von kubisch raumzentrierten Stählen von großer Bedeutung. Der Steilabfall kennzeichnet die Übergangstemperatur, die aufgrund der hohen Streuung der Werte keinen festen Definitionsbereich hat. Ein Kriterium könnte eine bestimmte Kerbschlagarbeit, zum Beispiel 27 Joule sein. Ein anderes besagt, dass 50% der Proben faserige und 50% matte Bruchflächen zeigen. Zusammenfassung Mit dem Kerbschlagbiegeversuch können Zähigkeitseigenschaften bei schlagartiger Beanspruchung von Werkstoffen bestimmt werden. Ermittelt werden die Kerbschlagarbeit in Joule sowie die Kerbschlagzähigkeit in Joule pro Fläche bei verschiedenen Temperaturen. Als Proben dienen längliche Quader, die einseitig, meist mit einer V, seltener mit einer U-Kerbe, gekerbt sind. Diese ISO-V oder ISO-U-Proben werden im temperierten Zustand, gekühlt oder erwärmt, bei hoher Verformungsgeschwindigkeit bzw. Schlagbeanspruchung im Pendelschlagwerk gebrochen. Die praktische Versuchsdurchführung wird im zweiten Teil unseres Lehrvideos gezeigt und der theoretische Hintergrund noch einmal zusammengefasst.